So, ja da und, ja, let's go. Aber nicht mehr. So, also, Goldify bei Tokyo Nummer 18. So, especially in the Speakroom. Also, anti-open offenders zu leben, die Planet Nasekeorp. Das Jeopardismus und ohne sie Verstuhl zu machen. Ja, ich versucheli, mit Irm Keirat ко dem Standort. Wir spielen nur eine Runde Einfachspiel, also Alpha-T, ist immer noch von Überraschung gut, ein lockeres Spiel. Mal gucken, vielleicht geht es wieder vor allem, alles wieder weg, was ich drauf hatte. Ja, man sollte es einfach nicht zu weit ausreizen. Blatt, Blatt, Punkt voll, dann machen wir es voll der Geizherz. Äh, das ist schmutzig, das ist viel hier. Nee. Ja, wollen wir mal abwarten. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja. Scheiße, ja. Der Rindefisch, jetzt macht er voll. Wieder nicht. Der Rindefisch, jetzt macht er eigentlich relativ oft, wundern mich jetzt. Ja nun aber, ich baue ja wieder auf. Klopp hängst du hier irgendwo? Den muss ich aber vormachen. Ja, interessanter Spiel. Alphatier. Ja, mal wieder nach oben, aber halt ein bisschen. Und komm, Baby. Nachschlag für den Papa. Oh, das schmeckt bei dir da, wa? Kann ich da auch mal kaputt drücken einiges? Guck mal, du gehst mit Gefühl da dran. Ich mach das einfach so, weil ich hab ja gar keinen Bezug dazu. Deswegen weiß ich nicht, warum meine Risikoleistin dran. Ich hab schon 10 mal gesagt, spiel nicht mit Booth. Oh, schon wieder deine rote. Der rote Code Club. Jetzt macht er voll. Ja, Hauptsache wir überbrücken hier dieses schwule Wetter, ne? Hauptsache wir überbrücken diese schwule Phase da draußen mit 35 Grad. So, jetzt lass ich ihn noch einmal reinputzen. Und dann werde ich systematisch jetzt erhöhen. So, jetzt ist es so, wenn du da? Ja? Ja? Oh, da war sie tot bei dir, va? Komm, jetzt gib mal Gummi, ey. Katsch, katsch, oh. Da werde ich jetzt zwar nicht mehr rumstellen, da ist man etwas größer angewiesen, aber das macht dann nicht zu schnell kaputt. Das läuft gar nicht mehr, ne? Na ja. Das läuft gar nicht mehr. Das läuft gar nicht mehr. So, wollen wir auf 30 gehen. Wollen wir mal die Krote ein bisschen ausreizen. Komm rein. Das ist klar. In der Hochschule kommt er hier nicht rein. Ja. 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 anfangen und dann... Scheiß dort jetzt so. So Leute, da muss man ganz kurz kappen, weil ich habe Probleme mit dem Speicherplatz sehe ich gerade. Ja, wird er gleich noch mal drüber drehen und dann schauen wir mal weiter, ne? Bis gleich, ciao! Was hast du noch nicht gehabt? Ja, nein. Ich bin mal drauf. Keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt gerade umgebucht, hier. Hast du den Krieg? Ja. Wow, klasse! Ja, ich wusste, dass ihr Potschjäger seid. Was? Potschjäger. Ja, ich wollte sie nur reingehen und nur auf die Pötze da oben... Weißt du, ob wir reingeschmissen haben? Ja. Beziehungsweise, was er reingeschmissen hat? Da lief schon... Nicht mehr witzig. Was steht jetzt? Stich da drunter? Ja, muss ja, ne? 100... 150... Mieter oder 150? Das kannst du nicht annehmen? Das kann gelben. Ne. Ach so. Oh!